Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte Sie jetzt noch offiziell alle ganz herzlich begrüßen. Ich begrüße die Landesregierung, ich begrüße die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne des Hessischen Landtags. Ich will mich noch einmal ausdrücklich bei Ihnen bedanken für die große Teilnahme an der Eröffnung unserer Ausstellung aus Anlass des zehnjährigen Wiederkehr der NSU-Morde. Ich empfehle diese Ausstellung Ihrer Beachtung. Zunächst einmal will ich nicht der Formhalter, sondern aus kollegialen und guten Gründen in unserer Mitte einen Abgeordneten begrüßen, den viele auch schon kennen. Herzlich willkommen, Herr Abg. Klaus-Peter Möller aus Gießen. In der 16-17-Wer-Piode war er schon einmal Mitglied des Hessischen Landtags, also Sie kennen sie schon aus, und jetzt zum ersten Mal als Nachdrücker für den verstorbenen Abg. Günter Schork. Lieber Kollege, ich wünsche Ihnen einen guten Neustart und gute Zusammenarbeit. Falls Sie sich nicht mehr auskennen, bin ich gerne bereit, eine Ausführung vorzunehmen. Okay. Danke. Meine Damen und Herren, zur Tagesordnung vom 12. April 2016 sowie einem Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 56 Punkten frage ich Sie, der Ihnen vorliegt, ob Sie dazu eine Wortmeldung haben. Zunächst einmal keine. Dann stelle ich erst einmal fest, Sie können dem Nachtrag entnehmen, dass Tagesordnungspunkt 52 bis 56 fünf Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde beinhaltet. Jetzt neu, jeweils fünf Minuten pro Fraktion, also gemäß unserer Tagesordnung. Wir haben uns allerdings heute Morgen vereinbart, dass die Aktuellen Stunden der Tagesordnungspunkte Nr. – Wieso steht das hier denn drin? – 52 Minuten. – Ich sehe nichts. – 53 Minuten zusammengeführt werden und mit siebeneinhalb Minuten aufgerufen werden. Einverstanden? – So ist das dann. Danke schön. Die Große Anfrage, die unter Punkt 9 auf der Tagesordnung steht, wird auf Wunsch der Antragstellenden Fraktionen von der Tagesordnung abgesetzt. Der Entschließungsantrag, der unter Punkt 26 auf der Tagesordnung steht, wurde von den Antragstellenden zurückgezogen. Gibt es weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung? – Dann stelle ich fest, dass kein Widerspruch mehr besteht, und wir können danach verfahren. Wir tagen heute bis 19 Uhr. Das ist so vereinbart im Ältestenrat. Wir beginnen mit dem Punkt 1 der Fragestunde und kommen zur Regierungserklärung der Hessenministerin für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz betreffend gemeinsam bezahlbaren Wohnraum schaffen. Wir rufen damit auf den Tagesordnungspunkt 22. – Bitte etwas mehr Ruhe. – Das ist nicht laut, aber störend. Das ist auch ein Schicksal. Einer schweigt, das ist nicht der andere. – Das ist lauter, als meine Sprache ist. Kann man das ein bisschen lauter stellen? – Sehr schön. Entschuldigt fehlen. – Frau Abg. Hofmeyer und Herr Kollege Ernst-Ewald Roth. Meine Freunde, ich begrüße unsere Frau Vizepräsidentin ganz herzlich. Liebe Ursula Hammann, schön, dass Sie wieder da sind. Dann brauche ich nichts mehr zu sagen. Toll. Auf die Ausstellung habe ich schon verwiesen, die ich Ihnen nochmals empfehle. Um 20 Uhr wird die Fußballmannschaft des Hessischen Landtags in die neue Saison eintreten gegen die Feuerwehr Edstein. Retten, löschen, helfen, bergen. Also können wir schon ein bisschen dafür versorgen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Der soll dann morgen auch gebührend gefeiert werden. Einen runden Geburtstag hat der Kollege Rudolph gefeiert. Lieber Günter Rudolph, am 13.03.1956 geboren, und muss jeder mathematisch ausrechnen, wie alt er schon geworden ist. Man sieht es ja nicht. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Auf gute Gesundheit. Klaus-Peter Möller hat ebenso einen runden Geburtstag gehabt. Das ist zehn Jahre weniger, aber auch eine neue Epoche eingeleitet. Viel Spaß dabei. Alles Gute. Gute Gesundheit. Aus der Hohen Rhön grüßt Markus Meysner mit 50 Jahren auch Ihnen einen herzlichen Glückwunsch. Wo ist er? Entschuldigt. Heute ist auch Kollege Banzer. Nur zur Information. Er ist heute noch nicht dabei. Dann waren das die amtlichen Mitteilungen, meine Damen und Herren. Wunschung wurde er uns an dieser Stelle auch noch nicht erinnert.